Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und bin hier auf dem Internationalen Spur 1 Treffen in Speyer. Und zwar nochmal am Gemeinschaftsstand von KISS Fine Models und zeige jetzt hier eine Neuauflage, ein erstes Handmuster der Baureihe 95 von KISS, die vor 13 Jahren schon mal produziert wurde und jetzt überarbeitet wird und jetzt eben neu aufgelegt wird. Das Modell ist 47,2 Zentimeter lang, wiegt 4 Kilogramm und kommt in insgesamt zehn Varianten. Neun davon in den Epochen 2 bis 4 und eine als Museums-Lock der DB AG. Dann hat dieses Modell wieder, wie aktuell bei vielen Modellen üblich, ein abnehmbares Führerstandsdach. Das ist hier über zwei Magneten gesichert und wird eingehängt. Dann kann man hier auch in den Führerstand rein sehen, der dann hier auch sehr schön detailliert sein wird. Das war es hier mit der Baureihe 95 von der Firma KISS Modellbahn in Deutschland. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich sage Servus bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner KISS Modellbahn KISS Modellbahn KISS Modellbahn